Ja und damit herzlich willkommen zurück zu Seropunk 2077. Wir gehen gleich weiter zum nächsten Auftrag. Play jetzt selbstbegiblich zum Bazar in Chappentown. Aber, bevor wir das machen, können wir ja hier wieder mal einen Levelaufstieg machen. Wo wir weitermachen, keine Ahnung. Was am schlauesten wäre. Zur Konstitution brauchen wir, glaube ich, ziemlich hoch, damit wir Türen öffnen können. So, bläde ich mal das. Und einen Vorteilspunkt haben wir auch noch. Aber wo wir mit dem hingehen, ist eine andere Frage. Ja und dieser Teil hier hört sich ziemlich gut an eigentlich. Power Slides, Parkour, Nachladen. Minus 10% Ausdauer kosten für das Schiessen mit Sturmgewehr und MPs. Hier haben wir ziemlich viel schon vergeschaltet. Ja, Lizenz zum Verkommen ist eigentlich auch gut. Wir nehmen mal das Level 2. Können wir ein bisschen mehr Cyberware einbauen. Ja, doch. Und dann gehen wir jetzt eben weiter mit dem Auftrag von Takemura. Tja, da mich niemand zu Saburo Arasakas Beerdigung eingeladen hat, muss ich mich wohl mit dieser traurigen kleinen Parade zu bringen geben. Ich brauche nur noch Konfetti. Aber im Ernst, Takemura muss lebensmüde sein. Er will einfach vor allen Augen auf Hanakos Wagen springen. Von mir aus. Nur zu. Wir kümmern uns um die Scharfschützen. Halt derweil die Augen nach einem Fluchtwagen offen. Das wird alles so verdammt schief gehen. Ich spüre es. Wie ja eigentlich ziemlich alles immer schief geht. Hier bei NAD-Serie, eh bei Cyberpunk. Manchmal rede ich zu schnell. Und denke nicht darüber nach, was ich sagen möchte. Dann gehen wir mal dahin. Und schauen, was die Parade so zu bieten hat. Sorry, ich muss da lang. Also, ich muss da lang. Okay, da geht's hoch. Nur kurz schauen, was hier so ist. Da liegt das Lied. Da geht's. Da geht's. Ja, das sieht gut aus. Nicola! Doch, jetzt ist es so. Ja, das sieht gut aus. Da geht's. Okada-san. Da geht's. 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 Let's go to ship. We got a back-up plan? What do you think? I am accused of betraying Arasaka. Soon I will try to confront the sister of the CEO in person. There are no back-up plans. This one must work. I'm ready. Question is, are you? I formed this plan, did I not? All while ignoring one crucial element. Your friend, Oda. Oda is a man of honor. He would not dare raise his hand against me. Maybe. But you're gonna be dropping in on Hanako by surprise. Huh. You have a point. Instinct and reflexes win out at the moments like this. So? So I can only hope that I am still faster than he is. Stay safe, Goro. Oh, that's good game weird. I am in position. The floods have started too. Remember to be careful while you will face Arasaka drones. I also spotted the Netrunner in Arasaka Uniform. She is somewhere hidden. Okay. Good to go. Okay. Good to go. Then let us begin. You must reach all snipers before Hanako-sama's float appears. Oh, okay. I know. Oh, this... Oh, zurasumんな you know. Okay? Ein bisschen weird, dass hier die Texturen durchflimmen. Ich frage mich nur, kann man eigentlich auch irgendwie zu langsam sein bei dieser Mission? Sprich, dass man sich zu lange die Parade anschaut. Okay? 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 Das muss ich noch kurz mitnehmen. Okay? 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 Der Rang der Baby ist nicht okay. Abort! 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 She's holding binoculars. Collect the junkie. Gora, take out the one closer. Now you must leap to the balcony by the green arm and take the elevator. Take the footbridge at the top to cross the street. And the greatest different contractor being soldier, industrial. I'm gonna be so common here, don't you? Ah, okay. Und wo geht's hier? I don't know how to open that. Look for another way. As I said, get to the balcony with the green arrow. The sniper will be yours. Ja, ja, gut. Gut, gut. Ja, man kann nicht so langsam sein. Weil das ja noch mehrere Wagen sind. Eine Statue, ein riesiger Drachen. What the hell? Niemand bewegt. She knows who. Und. Okay. What the hell? What the hell? Where the hell? What the hell? That's what they are. B. This is important. Odai is speaking to someone. I am linking you in. We both can listen. Okay, wo geht's hier, Lano? Ja, tschüss. Finden wir ein paar Kleinigkeiten? Noch einen Stock weg höher. Ich weiß, dass der vorgetan Oger ist. Adam, f****** Smasher! Der Mann, f****** Smasher! Der Mann, f****** Smasher! Der Mann, f****** Smasher! Aber hey, weißt du was? Ich bin glücklich, dass er hier ist. Du glücklich? Der Mann, f****** Smasher! Ich bin glücklich. Ich bin glücklich mit Smasher. Du musst glücklich sein. Du musst glücklich sein. Du musst glücklich sein. Du musst glücklich sein. All right, fine. Wir. Du musst glücklich sein. Sieht schon nice aus. Boah. Alte. Und unten sind Leute, die ein bisschen tanzen. Junge, Junge, sieht das geil aus. Also werden wir gleich sehen. Ah, wirklich? Und jetzt? Darüber springen oder wie? Oh, wenn das runterfällt, sind wir am Arsch. Silence is not golden. It is the sound of a flame extinguished. Lüftungsschächte? Hey, mir wurde eben gesagt, dass irgendwas auf Ebene 3C höllisch stinkt. Kann jemand mal nachgucken gehen? Vielleicht ist irgendwas in die Lüftungsschächte gekrochen und verreckt. Sag mir Bescheid, wenn es erledigt ist. Danke, Kim. Einmal die Drohnen ausschaltet. Kommt das jemand mit? Wahrscheinlich schon, oder so? Fliegt nicht hierhin. Fliegt nicht hierhin. Fliegt nicht hierhin. Shit. Shit. Das ist scheiße. Theoretisch sind die auch geflogen. As Night City is its witness, the Arasaka Corporation shall rise from this ordeal sooner than ever before, as it did 50 years past. This is happening here and now. Listen, or we will not stay silent. Silence is not golden. It is the sound of a flame extinguisher. Theoretisch wäre das unser Aus gewesen. What the hell? Gauche Queen. Sind das Geister? Ziemlich weird. Habe ich die Mission zerstört? Kann schon sein. Saburo Arasaka. Pilot in the Saad Squadron. Is that right? Master Sergeant. Founder and CEO of the lab. And the greatest team of all. Home. Industrial. Visionary. My father. One are not for his friends. Members of his family. All for his business. They are for his family. As it is not going to be in action. It was 50 years ago in Night City. That our enemies showed their true colors. A cowardly eye of terrorism. That consume the world. Just a few feet more and he is yours. I think he is. Oh. What? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nicht was, wen, dieser verdammte Ninja Keine Ahnung, wo die den aufgetrieben haben Aber im Ernst, er guckt dich einmal an Und du machst dir vor Angst in die Hose Ist er mit der Prinzessin zu? Prinzessin hier? Was? Sieht aus wie ihr Bodyguard Er kam vorbei und hat hier irgendwas abgelegt Ausrüstung oder so Vor 15 Minuten oder so Ich zitter immer noch total Im Ernst, sei vorsichtig mit dem Typen Das ist Orage Wir müssen uns bezeichnen, dass die öffentliche hat sich verabschiedet Sie muss sich verabschieden At once Arasaka ist vollständig in der Schutz der Prinzipien Frage deinen Chefs, was er mehr wertet. Das Anasaka-Image oder das Leben des Anasaka. Die Situation ist in der Hand. Über und aus. Hörst du das? Sie wissen etwas. Vielleicht matchen. Wir müssen hurry. Ja, gleich. Kann man vielleicht doch zu lange gebrauchen? Ich glaube, das werden wir gleich herausfinden. Erstmal das. Und dann kurz mal hier schauen. Na, bloß Schrott. Ich muss mal speichern. Du schaust in die falsche Richtung, Junge. Das war's mit dir. Malerie und Vicky. Malerie. Ist gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Wenigstens ist es wahr. Es stinkt nur recht widerlich. Oh, das ist nicht toll, Vicky. Ich würde dich ja bei mir schlafen lassen, aber wir haben eine Nachricht bekommen, dass wir keine ehemaligen Mitarbeiter kontaktieren dürfen. Und überall sind Kameras mit Gesichtserkennung. Ich weiß, es ist schon okay. Keine Sorge. Das wird schon. Ich suche mir einen neuen Job und dann bin ich bald wieder auf den Beinen. Das würde ich dir echt wünschen. Wir drücken dir alle die Daumen. Sorry. Ich muss los. Ich glaube, da kommt jemand. Okay, melde dich, wenn du kannst. Vicky? Vicky! Vicky ist dead. Wahrscheinlich. 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 Das war's mit dir. Wir sind gleich da, Sakimoda. Keine Angst. Okay, das war ziemlich easy. Sichere deine Seele. Bloß Schrott. Nun drehe sie dir die Schauschützen. Noch ein einziger. Ich glaube, das ist es. Ich glaube, das ist es. Das ist es. Und wenn das nicht funktioniert, kannst du den Fußboden zu dir benutzen. Schau dir auf die Flasche, Jens. Unless du versuchst, zu gekocht. Ich würde meinen Kopf hoch halten. Junge. Ich würde mir echt gerne diese... ...diese ganze Show mal ansehen. Ich glaube, ich muss nachher gleich mal ein Video machen. Wo ich einfach bloß stehen bleibe und die Show anschaue. Oh, nice. Fertigkeiten Splitter. Immer gut. Sonst... Netrunner. 30. Ist das hier richtig? Elevate you. Oh je. Oh je. Aber müssen wir nicht nach da drüben? Da drüben ist der Schauschütze. Hm. Und ich habe die Gamer-Minds für euch. Ich habe dich. In 2077. Sie haben meine Stadt gewonnen. Der schlimmste Ort zu leben in Amerika. Die Hauptprobleme. Die Höchst der Höchst der Gewalt. Und mehr Menschen leben unter der Pobenz. als woanders. Die Untertitelung des ZDF, 2020 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 Samurai We have a city to burn 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 We have city to burn Vielen Dank.